Das ist ein Stör. Sieht eigentlich aus wie ein ganz normaler Fisch, oder? Ist er auch. Also mit ein paar Ausnahmen. Denn die Störe gibt es schon seit über 200 Millionen Jahren. Das ist ziemlich lange. Als die ersten Tiere aus dem Wasser krochen, gab es schon Störe. Und auch als ein Meteorit den Dinosauriern den Garaus machte, zogen die Störe durch die Flüsse. Was sie nicht schon alles überlebt haben. Vulkanausbrüche, Eiszeiten und Trockenzeiten. Doch dann fing der Mensch an, in die Natur einzugreifen. Flüsse zu stauen und alles, was sich in den Netzen verfing, aus dem Wasser zu ziehen. Da wäre es fast ausgewiesen für den Stör. Denn dieser Fisch hat noch eine Besonderheit. Er legt seine Eier im Süßwasser der Flüsse. Hier wachsen die Jungtiere auf. Dann erst ziehen sie ins salzige Meer, wo es Nahrung im Übermaß gibt. Viele Jahre später kehren sie zurück, um wieder Eier zu legen. Durch diese ewige Wanderung hat der Stör immer wieder neue Lebensräume für sich entdeckt und ist seinen Fressfeinden aus dem Weg gegangen. Doch das Wandern, einst der große Vorteil der Störe, wurde durch uns zu seinem größten Problem. Denn sein Weg den Fluss hinab, führt ihn an vielen Hindernissen vorbei. Nur wenige Störe überleben mit viel Glück die menschlichen Eingriffe wie Wehre, Fabrikabwässer und die Begradigung der Flüsse. Und diese müssen dann auch noch die industrielle Fischerei und den Plastikmüll in den Meeren überstehen. Zum Glück haben wir diese Probleme gerade noch rechtzeitig erkannt. Aber die Erkenntnis ist nur der erste Schritt. Jetzt müssen wir gemeinsam eine Menge tun, damit der Stör seine lange Reise ins Meer und wieder zurück gut übersteht und wieder geeignete Lebensräume findet. Das wird nicht nur dem Stör, sondern auch vielen anderen seltenen Arten helfen und unsere Flüsse auch für uns wieder lebenswerter machen. Denn es wäre doch schön zu wissen, dass ein Fisch, den es schon seit 200 Millionen Jahren gibt, in Zukunft noch existiert. Damit auch unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel staunen und sich freuen können. Über den Stör, das lebende Fossil.